Hi, ich bin Alex und willkommen zum Duck Change. Der Duck Change ist ein sehr visueller Color Change, der im Bruchteil einer Sekunde passiert und sehr viele Anwendungsmöglichkeiten hat, wie eigentlich alle Color Changes. Das Besondere hierbei aber ist, dass der Duck Change ohne viel Fingermovement passiert. Ihr kennt das vielleicht von anderen Color Changes, wo ihr mit der Hand erstmal am Deck irgendwie rumfummeln müsst, aber beim Duck Change passiert alles innerhalb von einer Millisekunde. Der Change passiert auch relativ unerwartet in den Augen der Zuschauer, sodass ihr auch nicht rekonstruieren könnt, was gerade passiert ist. Der Move ist nicht einfach und ihr werdet es nicht direkt nach 5 Minuten können. Ihr werdet dafür Übungen brauchen, das kann mehrere Tage, mehrere Wochen dauern, aber lasst euch davon nicht unterkriegen. Der Change ist sehr praktisch, sehr visuell, auch nicht winkelanfällig und ich bin mir sicher, dass sobald ihr ihn könnt, ihr ihn auch straight in euren Performances verwenden werdet. Noch mal kurz zu den Credits. Soweit ich weiß, wurde der Change von Russell Duck erfunden, daher auch der Name Duck Change und das Ganze wurde 1991 in der September-Ausgabe von Magic Magazin veröffentlicht. Bevor wir uns angucken, wie das funktioniert, müsst ihr erstmal wissen, was überhaupt passiert. Wie bei jedem Color Change brauchte ich jetzt zwei Karten. Und in dem Fall sind die mit Rücken an Rücken übereinander. Und wie ihr in die Position für den Change kommt, ist auch sehr simpel. Ihr braucht einen Break unter zwei Karten und da sie halt Rücken an Rücken sein müssen, könnt ihr einfach die oberste Karte umdrehen. Also, das ist eine ganz normale Startposition, dreht die oberste Karte um. Und ihr könnt sie einmal zeigen von beiden Seiten. Und währenddessen schiebt ihr die oberste Karte mit dem Daumen ein bisschen nach rechts. Und während ihr sie zurückzieht, packt ihr hier den kleinen Finger sozusagen unter die Karte. Die Karte kommt mit Gesicht nach oben rauf. Und dann könnt ihr hier einfach in den Break greifen und den Change dann später machen. Das Ganze geht natürlich mit einem Pinky Count auch. Ihr legt die Karte einfach nach oben. Dann zählt ihr zwei Karten mit dem kleinen Finger oder so. Und dann habt ihr hier in den Break und seid in der richtigen Position für den Change. Also, sehr simpel. In Kurzfassung, ihr braucht eine Karte face-up. Und dann müsst ihr irgendwie einen Break unter zwei Karten haben. So wie für einen Double Lift. Und dann könnt ihr den Change machen. Also, ich habe jetzt hier die zwei Karten in der Hand, Rücken an Rücken, wie gerade beschrieben. Und jetzt, wenn ich den Change machen will, brauche ich folgende Fingerposition. Der Daumen geht an die untere rechte Ecke, so Richtung 4. Und der Mittelfinger geht an die obere rechte Ecke. Wichtig hierbei ist, dass der Mittelfinger die Karte nicht so greift, so ganz an der Kante. Sondern ihr könnt ruhig so ein bisschen tiefer greifen. Was auch wichtig ist, dass ihr nicht senkrecht zur Karte greift, also dass der Finger so steht. Sondern so ein bisschen in einem Winkel, vielleicht 45 Grad, dass das Ganze so aussieht. Also wichtig ist, dass der Finger ungefähr so einem Winkel an die Karte rangeht und sie dann auch festhält. Die Daumenposition ist sehr, sehr ähnlich zum Mittelfinger. Also der Daumen geht auch nicht vertikal an die Karte, sondern auch so schräg, wie ihr hier gut sehen könnt. Und was ihr auch hier sehen könnt, ist, dass der Daumen auch nicht die Kante so greift, sondern auch relativ tief. Und hier seht ihr ungefähr den Winkel, den ihr braucht, um die Karte richtig zu halten. Wenn ihr den Griff zwischen Daumen und Mittelfinger habt, dann drückt ihr die beiden Finger ein bisschen zusammen und dann biegt sich die Karte so in die Richtung. Wichtig, dass sie sich nach oben zu euch biegt. Das muss auch gar nicht stark sein, sondern das hier reicht schon vollkommen. Und dann platziert ihr den Zeigefinger etwas versetzt zum Mittelfinger, etwas weiter nach links. Nicht viel, wirklich nur ein paar Millimeter und vielleicht zwei, drei Zentimeter drunter. Das könnt ihr hier ganz gut sehen. Und so sieht das Ganze aus eurer Perspektive aus. Der Zeigefinger dient zur Stabilisation und wird gleich die Richtung der Karte weisen, wenn sie sich umdrehen wird in der Luft. Kommen wir zum schwierigen Part und zwar ist es der Release. Und das ist auch relativ schwer auf Kamera zu erklären oder allgemein zu erklären, denn das müsst ihr einfach üben und dafür werdet ihr halt schon wie bereits erwähnt ein Gefühl bekommen. Aber ich versuche natürlich so gut es geht zu erklären. Erstmal müsst ihr überhaupt verstehen, was gleich beim Color Change passieren wird. Und zwar werdet ihr gleich Druck aufbauen zwischen Mittelfinger und Daumen und den ähnlich wie beim Kartenspring lösen. Dadurch wird sich die Karte um die eigene Achse rotieren und zwar wird sich der Herz-Bube gleich zur Handfläche hindrehen. Oder auch die Kante, die beim Mittelfinger ist, wird zuerst Richtung Deck gehen. Und dann so auf dem Deck oder auf dem Tisch landen. Nachdem ihr jetzt ja verstanden habt, wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt nochmal, wie das Ganze später aussehen wird. Und mit ein bisschen Übung wird das Ganze später bei euch genauso sein. Kümmern wir uns jetzt nun um den Druckaufbau und die Drucklösung. Ich habe ja die Fingerposition schon beschrieben, deswegen geht in den Griff rein und drückt die Karte halt ein bisschen zusammen zwischen Mittelfinger und Daumen, dass sie sich ein bisschen durchbiegt. So. Zeigefinger da vorne. Und was ihr jetzt machen werdet, ist ähnlich wie bei einem Kartenspring. Ihr werdet die Karte rausfliegen lassen. Und das macht ihr, indem ihr den Druck löst. Wichtig ist hierbei, dass ihr den Druck vom Mittelfinger und nicht vom Daumen löst. Ich sage es nochmal, damit es wirklich alle verstehen. Der Druck wird vom Mittelfinger gelöst. Und um den Druck zu lösen, werdet ihr den Mittelfinger ganz langsam ein bisschen nach hinten ziehen. Also nicht so, sondern ganz leicht. Und dann lasst ihr die Kante sozusagen über die Fingerkuppe so gleiten. Es ist sehr schwer auf Kamera zu zeigen, wie es funktionieren soll. Und ihr werdet dafür halt wirklich ein Gefühl entwickeln müssen. Ich kann es nur immer wieder sagen. Also ihr baut Druck auf mit dem Mittelfinger. Und dann lasst ihr ihn langsam los. Dabei wird es natürlich auch die Karte gerade liegen. Und ihr lasst dabei die Karte hier über die Fingerkuppe gleiten. So. Ganz leicht. Und in dem Moment, wo ihr den Druck löst, könnt ihr mit dem Zeigefinger, der ja auch auf der Karte ist, die Karte leicht antippen, um mir diese Rotation zu verschaffen. Es geht später auch ohne. Man kann es auch so machen, ohne den Zeigefinger. Aber am Anfang ist es leichter, wenn ihr den Zeigefinger dazu nehmt. Um euch das Drucklösen nochmal zu zeigen, kann ich das nochmal in der Hand machen, ohne den Change. Dann seht ihr, was da eigentlich passiert. Und zwar passiert eigentlich nichts weiteres als das hier. Also ihr baut hier Druck auf und lasst die Karte über die Fingerkuppe sozusagen gleiten. So. Dadurch stoßt sie sich natürlich vom Daumen hinten ab. Und da jetzt das Ganze hier an der Ecke macht, wird sie sich auch drehen. Und wenn ihr dann nochmal mit dem Zeigefinger die sozusagen ein bisschen antippt, dann kommt die Rotation auch zustande. Beachtet aber hierbei, dass der Zeigefinger keine große Bewegung ausübt, also nicht das hier macht. Sondern wenn der Zeigefinger schon auf der Karte liegt, vielleicht ein bisschen drückt und die Richtung der Karte weist. Also sollte sich der Zeigefinger beim Change nicht bewegen. Da ihr die Change jetzt hoffentlich verstanden habt, kommen wir jetzt zum Deck und der Handposition über dem Deck. Ich kann euch jetzt schon sagen, der Change wird nicht immer hundertprozentig so ordentlich landen, dass ihr nichts mehr machen müsst. Das ist natürlich das Ziel. Und je besser ihr es könnt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es genau so kommt. Aber am Anfang wird das auf keinen Fall der Fall sein. Aber wenn ihr den Change trotzdem machen wollt, gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Es kann durchaus passieren, dass ihr den Change macht und die Karte viel zu weit vorne landet. Und die offensichtlichste Lösung ist natürlich auch, einfach den Zeigefinger nach hinten zu schieben und dann ist das Deck wieder ordentlich. Das Ganze müsst ihr nur relativ schnell machen, dass wenn die Karte sich so splittet wie hier, dass man das nicht sieht. Deswegen immer bereit sein mit dem Zeigefinger das Deck sauber zu machen. Wichtig, damit die Karte auch sauber auf dem Deck landet, müsst ihr den Daumen aus dem Weg bekommen. Also ich kann den Daumen natürlich nicht hier lassen, dann hier den Change machen, denn dann werden die Karten einfach runterfallen. Also ihr könnt das ganz normale Mechanics Group halten. In dem Moment, wo ihr den Change machen wollt, löst ihr den Daumen so ein bisschen vom Deck, bewegt ihn ein bisschen nach links, macht den Change. Und jetzt habt ihr gesehen, war nicht hundertprozentig sauber, aber ich habe schnell meine Finger zusammengedrückt. Und somit sieht das halt auch relativ ordentlich aus jetzt. Jetzt fragt euch vielleicht noch, wo ich die rechte Hand positionieren muss, damit der Change halt relativ ordentlich passiert. Natürlich kann ich euch da nicht ganz genau sagen, wo ihr die Hand positionieren müsst, da es bei jedem unterschiedlich ist. Meine Hand position ist hierbei folgende, ich greife das Double und dann gehe ich ein bisschen zur Seite, nach rechts. Nicht viel, also ungefähr so sieht das Ganze dann aus in der Luft und ein bisschen nach hinten, da die Karte ja nach vorne fliegen wird. Also so. Das Ganze halt nur noch über dem Deck, so. Und dann von hier mache ich den Change. Das Ganze ist langsam natürlich ein bisschen schwer zu zeigen, aber aus der Bewegung sieht das Ganze dann so aus. Also die Hand position ist ungefähr so, ja. Bisschen schräg rechts nach hinten, nicht zu hoch über dem Deck und auch nicht von hier natürlich. Manchmal drehe ich noch das Handgelenk ein bisschen von mir weg. Das hat mir am Anfang auch geholfen, dass die Karten besser landen. Mittlerweile mache ich es nicht mehr, aber vielleicht ist das doch ein Tipp, der euch hilft. Also was ich meine ist natürlich so und dann das Handgelenk ein bisschen vorne wegdrehen, dann den Change machen und ja. Also setzen wir jetzt alles zusammen, was wir gelernt haben. Wir greifen die Karten, gehen in die richtige Position und was ihr jetzt nicht machen dürft, ist hier stehen bleiben. Denn wenn ihr stehen bleibt hier und irgendwie ein bisschen was sagt oder erstmal redet, dann weiß der Zuschauer, dass irgendwas abgeht. Weil das ist irgendwie, ja, eine komische Handposition, wenn ihr mich fragt. Von daher, wenn ihr die Karten aufhebt, bleibt hier nicht stehen, sondern ihr geht mit der Hand in die Position und während ihr die Hand noch nach oben macht, bewegt, releast ihr die Karten und macht den Change. Also nochmal, ihr greift durch die Karten und während ihr die Hand noch in Position bringt und nach oben zieht, macht ihr den Change. Also so. Und meiner Meinung nach sieht das 10.000 mal besser aus als das hier. Also macht das ganz schnell aus der Bewegung und dann kann der Zuschauer auch nicht nachvollziehen, was gerade passiert ist. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie es wahrscheinlich bei euch gerade aussieht, denn ich erinnere mich noch perfekt daran, wie es bei mir aussah, als ich es gelernt habe. Und zwar mache ich das Ganze in der anderen Hand, also mit links, mit der ich es noch nie geübt habe. Und ich versuche es einfach mal zu machen. Das ist schon besser als das Ganze am Anfang bei mir mit rechts. Denn ich erinnere mich noch, dass ich das Deck hier gehalten habe und die Karten irgendwo hier gerandelt sind. Ich kann es versuchen mal nachzumachen. Ja, oder so. Also es sah nach allem aus, aber nicht nach dem Color Change. Lasst euch auch davon nicht beunruhigen, es ist normal, dass ihr das Deck nicht trefft. Ich habe auch mit der linken Hand gar kein Gefühl, wo die Karten hingehen. Die Karten werden sich splitten und ihr werdet denken so, hä, das geht doch gar nicht. So, ich kann es mit links auch nicht, aber mit rechts natürlich, weil ich es halt geübt habe, geht das easy. Jetzt gebe ich euch nochmal ein paar Tipps, damit ihr es schneller lernt und euch nicht zu lange mit diesem Change hier aufhaltet. Ich finde persönlich diesen Color Change einfacher, wenn ihr relativ trockene Hände habt. Und zwar, wenn ihr feuchte Hände habt, dann kann das hier passieren. Dass ihr eine Karte nach hinten zieht und dann kann der Change natürlich nicht funktionieren. Deswegen nicht zu klebrige Finger haben für den Change, dann geht es auch viel einfacher. Der nächste Tipp ist, übt einfach. Das klingt jetzt vielleicht offensichtlich und ihr denkt euch vielleicht so, Junge, was laberst du da gerade eigentlich? Aber der Duck Change ist so ein Ding, wofür ihr ein Gefühl bekommen müsst. Es wird meiner Erfahrung nach nicht so sein, dass ihr den Duck Change so ein bisschen könnt am Anfang und euch dann kontinuierlich verbessert. Sondern es wird so sein, dass ihr es gar nicht könnt am Anfang. Dann kriegt ihr mal vielleicht 1 von 10 hin und von da geht das so ein bisschen, bisschen bergauf. Also am Anfang nicht aufgeben, wenn ihr es nicht hinbekommt. Es kommt mit der Zeit und ihr entwickelt ein Gefühl dafür. Und der nächste Tipp, baut genau darauf auf. Der Duck Change ist wirklich reine Gefühlssache. Ihr werdet es irgendwann fühlen, wo ihr die Hand positionieren müsst, wie viel Druck ihr braucht in den Fingern. Das kommt alles mit der Zeit. Das werdet ihr nicht direkt nach diesem Tutorial hier machen können. Aber vertraut mir da, nach einiger Zeit bekommt ihr es sicher hin. Ihr dürft den Zustand der Karten, mit denen ihr den Duck Change versucht, auf keinen Fall vernachlässigen. Es muss kein neues Deck sein. Aber was wichtig ist, ist, dass es kein so richtig altes, so weiches, verranztes Deck ist. Denn wenn die Karten zu weich sind, könnt ihr nicht mehr so gut Druck aufbauen, finde ich. Und dann habt ihr auch weniger Kontrolle über den Change. Also verwende Karten, die nicht komplett abgeranzt sind. Wie gesagt, es muss kein lage neues Deck sein. Aber wenn ihr dann den Duck Change wirklich könnt, dann könnt ihr es eigentlich mit jedem Deck machen. Da ist auch der Zustand der Karten nicht mehr so wichtig. Aber für den Anfang empfehle ich doch ein neueres Deck. Das hier ist eine der simpelsten Routinen, die ihr machen könnt. Das könnt ihr mit jedem Color Change natürlich machen. Dafür braucht ihr eine Blanko-Karte und einfach ein ganz normales Kartenspiel. Und zwar werdet ihr gleich sozusagen die Blanko-Karte in jede beliebige Zuschauer-Karte verwandeln. Dafür lasst ihr den Zuschauer einfach irgendeine Karte wählen. Angenommen, es ist jetzt die Kreuz 6. Die kann der Zuschauer auch unterschreiben. Also das macht in dem Fall keinen Unterschied. Jetzt müsst ihr die Zuschauer-Karte natürlich noch nach oben kontrollieren. Das könnt ihr mit jeder möglichen Methode machen, die ihr könnt. Und ich mache das jetzt im Video mit dem Double Under-Karte, damit es nicht zu lang wird. Und zwar für den Double Under-Karte braucht ihr einen Break über der Zuschauer-Karte. Also bevor ihr den Spread schließt, packt ihr einfach euren Pinky hier rein. Schließt den Spread, macht das Deck ordentlich. Und habt einen Pinky-Break über der Karte. Das Ganze müsst ihr jetzt zum Daumen transferieren. Also geht ihr mit dem Daumen einfach da ran und greift das Päckchen so. Und dann seht ihr, dass dieser Spalt hier trotzdem noch bleibt. Und jetzt geht der kleine Finger hier an das untere Päckchen und nimmt ungefähr die Hälfte davon. So, packt ihn nach oben. Und das Ganze macht ihr jetzt beim zweiten Mal nur, dass ihr in den Spalt reingreift mit dem kleinen Finger so. Und packt das Päckchen einfach oben aus dem Deck. Und dadurch ist die Zuschauer-Karte, die Kreuz 6, oben gelandet. Also sehr simpel, wie ihr seht. Die Zuschauer-Karte ist natürlich face-down durch das Prozedere. Und jetzt kommt die Blanco-Karte ins Spiel. Beziehungsweise ihr holt euch einen Break unter dieser Karte hier. Egal wie, ich habe es ja auch im Video kurz angerissen. Ich mache es einfach mit einem Pinky-Count. So, hab jetzt einen Break unter der Kreuz 6. Die Blanco-Karte geht einfach oben drauf. Und nun könnt ihr kurz mit dem Zuschauer reden. Und sobald ihr den Change machen wollt, seid ihr auch schon in der perfekten Ausgangslage. Ihr greift einfach in den Break rein, geht in die Fingerposition, macht den Change. Und dann seid ihr fertig mit der Routine. Also wie ihr seht, ist es sehr simpel. Es kommt direkt zum Punkt und das Beste ist, sobald ihr den Color Change machen könnt, könnt ihr auch diese Routine machen. Danke, dass ihr euch dieses Video hier angeguckt habt. Falls ihr noch Fragen offen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich versuche sie so gut es geht zu beantworten. Ansonsten hoffe ich, dass ihr was lernen konntet und mit dem Dark Change auch was anfangen könnt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Haut herein. Bis dann. Hallo.